Können wir was als Öl nehmen? Hey! Cool. Okay, gut, dann haben wir ja schon vom Trinken abgehalten. Äh, balüm, balüm, hat man man jetzt? Äh, ja, 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 man man jetzt, man man jetzt, man man jetzt, man man jetzt, man man jetzt. Wir brauchen das Monaco und, ach so, jetzt ist er weg, ne? Das, ja, hm, ha, hi, ho. Also, lass noch mal kurz überlegen, wen brauchen wir denn überhaupt? Quatsch. Data, hm, wir müssen von... Steeple, wo kriegen wir Steeple, Steeple, wo haben wir den nochmal gehört? Wer ist Steeple? Factor, ich will den von Factor haben. Wie komme ich an, an, an diesen Code ran, mit dem ich Factor an... Äh... Anfunken kann. Memoria, so, wo sollen wir den finden? Steeple, bist du nicht ein Steeple, Leopold Steeple, du warst doch einer. Ich brauche den Kode, Leopold. Hat Steeple überhaupt das zu dir gesagt? Ich weiß nicht, was du sprachst, Tyrone. Du warst von Steeple, ein Mitglied der Kode. Ha, ich kenne mich wie ein Mitglied der Kode? Dein Name ist Leopold Zoll. Oops, sorry. Steeple war ein Mitglied der Kode, bevor Metromind hat ihn verletzt. Du wirst du den Kode der Kode wissen. Vielleicht hat er es dir gesagt. Wie ich sagte, ich weiß nicht, was du sprachst. Steeple built. Metromind hat dein Begründer und ich verletzt. Sie hat die Metropolitane Law verletzt und wird verletzt. Nicht sie verletzen. Hör, Missy. Ich weiß nicht, wer du denkst, du bist zu? Nein, du hörst mir zu mir, Schrapp-Trader. Metromind hat sich aus der Verletzt. Justice ist für sie gekommen, ich bin für sie gekommen. Dial down your Squawk-Bombs. Das klingt ein bisschen schröchig. Ich weiß nicht, wie ich mich klarer bin. Ich weiß nicht, Steeple. Ich weiß nicht, der Kansel. Und sicherlich, Russ folgt Reign. Ich weiß nicht, der Kansel-Kode. Jetzt, du willst einen Kode-Trader-Skrab? Du bist willkommen, aber ich bin durch Kode-Trader-Wörter. Okay, er hat Angst vor Metromind, würde ich mal behaupten. Aus-Walt mittlerweile wieder da. Aus-Walt ist nicht da. Kunde, mit der Herd, ist ja hier langgegangen. Aus-Walt. 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 Das ist kein Aus-Walt. Hä? Who are you? Das wird nicht passieren, Lampy. Ach, irgend so ein... Irgendein Roboter. Clarity, come as well. Clarity, are you planning to arrest Metromind? No, there is no court to try her, nor prison to keep her. So, what exactly are you going to do? Before the law, she is no different from the shells she left in the underworks. Sanction is the same, and I am authorized to impose it. You mean... I do. It is a shame, she has no head. Wow. Clarity is tödlich. for Metromind. It's a clock. Crispin, how late is it? Crispin, could you check what that clock says? Crispin, you fly too fast. Don't fall for a long run. leap, go faster. I said it. A long run. I said it. And please, come... Just don't go back too fast. Sorry. das schwede das war wissen nicht gucken wie spät es ist fünf minuten zu tun na super das war jetzt we must focus on making progress making progress das sagt man du sprichst wie metromind ist das klar all for the sake of progress exit und das auswalt wieder so wir haben noch eine gold kette hier auswalt i found your chain well i say after all this time i never expected to see it again rather tarnished though probably because it's been sitting in sludge down in the underworks i see typical of cornelius is clumsiness oswald on the chain it says factor man built metromind servitors throw anything that mentions man into the underworks actually i would rather have your monocle that is only fair after all i kept it because cornelius never return the chain since you brought the former in your house but that owns yours by right whoo hey boss can i wear it no can i wear it can i wear it can i wear it monocle like i need an unpaired parenthesis come on boss i look so great coveting is the root of crime and poor vision is a sign of degeneracy but dinoids love degenerates and by the way isn't justice herself supposed to be blind you are mistaken on the facts and the law crispin he's insufferable enough already without a monocle we're not going to encourage him with accessories hmm tja it's actually a series of ultra thin lens stack on top of each other Es scheint, es könnte für die Decoding Visual Data benutzen. Es sieht nicht anders aus. 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 Das ist verrückt. Wenn ich das durch das Monokle schaue, dann schaue es Ich bleibe in Memorias. Ich bleibe in Memorias. Was bedeutet das? Es sieht nicht anders aus. 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 Wenn ich das durch das Monokle schaue, dann schaue es Ich bleibe in Memorias. Ich bleibe in Memorias. Ich wollte mir die Skulls noch etwas genauer anschauen. denn er sieht aus wie aus damit ja auch schon mal ein bisschen weiter Also, ähm, guck mal hier. Memory-Train? Wait a second. Memory, das kann man auch hier mitlesen. The only thing I can find is the sequence 518, 518, over and over again. After the phrase, help me factor. That sounds like a glitch, boss, not part of the council code. Agreed. Ja, aber es ist ein Hilferuf. Und der, der, Lawrence war doch hier so ein Liebling vom Factor, oder nicht? Wie wär's denn, wenn wir, äh, damit den Factor mal anfangen? Das ist da dieser, 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 äh, wie soll ich sagen, der Hilferuf-Code der Kinder von Factor-Bild, wenn man so will. Da müsst ihr doch drauf reagieren, oder nicht? Was war das? 518? Nein, nicht Map-Data. 518... 518... 518... Okay, das sind drei Digits, wir brauchen aber vier eigentlich. Hm. Aber es... 518... 518... 518... 518... 518... 518... Diese sind meine Freunde, Crispin und... Clarity-Arbiter-Belt. Ich weiß natürlich. Ich bin Factotum, Partial-A-Factor-Mann-Belt, der keine Entdeckung braucht. Jetzt frage ich ihn. Ich will den Council-Code, ganz dringend. Ich brauche den Council-Code, damit ich die Tauer entdecken kann. Hast du? Die Stadt ist voll von Roboter mit vielen Nehmen. Sie kommen hier nicht und transmiten einen Lachen für Hilfe. Nur Factor kann mir helfen. Factor hilft seinen Kinder. Wir lösen die legale Diskussion zwischen Oswald und Cornelius, Factor-Belt. Bitte. Factor hat ein wenig Aufmerksamkeit für diese Formen. Er lebt überhaupt noch? Er schläft, wie zu seinen Tausendern. Er hat mich verlassen, um seine Effekte zu machen. Wenn die Zeit richtig ist, wird er wundern und die Welt mit Stil und Wehr. Er wird mir neue Arme machen? Nein. Er wird dich in etwas, was mehr sinnvoll ist. Wie ein Tank? Biu, biu! Nein. Wie ein Krankschiff. Crispin, du schaust in die falsche Richtung. Du solltest dich umdrehen. Metromind hat die Stadt verurteilt. Ähm, was willst du für den Code? Metromind hat die Stadt verurteilt. Factor braucht, um sie zu stoppen. Factor verurteilt. Factor verurteilt. Metromind, ihr Meister. Er weiß, dass sie verurteilt wird. Wenn alles zerstört. Er wird es verurteilt und es verurteilt in etwas besser. In der Zwischenzeit. Warum sollte er sich interessieren, was zu Roboten passiert, die nichts für ihn? Ich weiß die Routine von jetzt. Was willst du für den Code? Nichts. Factor wird nichts für Roboten wie du, die nichts für ihn machen. Er lebt nur für seine Kinder. Er lebt nur für Cornelius. Er schlug nicht zu schlafen, wenn Factor geschlossen hat. Und er lebt auch nie für sie. Auf Wiedersehen. Boss, es muss sich etwas tun, um ihn zu erinnern, dass es für Factor wichtig ist. Wir hätten etwas im Inventar, was sozusagen eine Bindung aufbaut zu Factor. Und zwar dieser Kopf hier. Das ist doch einer von Factor's Kindern. Ja. 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 Also. Memories und Steeple failn uns noch. Wie kommen wir da nun an Steeple dran? Boah, keine Ahnung. Wie kommen wir- doch? Memorios? Moment. Also. Ähm. Lass mal auf die Straße gehen. Ähm. So. Gehen wir doch mal logisch an. Also. Gucken wir uns mal die Map an. Wo auf der Map haben wir noch mögliche Kandidaten? Von Arbida werden wir nichts mehr bekommen. Brauchen wir auch nicht. Wir brauchen von Steeple und von Memorias. Wo könnten wir Memorias finden? Er, also, wenn wir das Monokel hier drauf... Wenn ich das durch die Monokel schaue, dann schaue es, ich bleibe in Memorias. 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 Mal, Memorias' Informationen Terminals waren die größte Sourcen der Daten in Metropole. Jetzt, Metromind hat überwriten und verabschiedet die Wahrheit, die sie verabschieden haben. Korrupten sie, wie so viel anderes.